Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf dem Premium Wanderweg Netzbachpfad unterwegs. Die Tour hat etwa 9 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Ich binнее, dass ihr Sünder es sch kleines itinernt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist denn, Marco, die Nerv?